Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Advanced Adventures. In der letzten Folge bin ich in dieser Höhle Stinger geblieben, in der ich alle fünf Schritte von wilden Pokémon angegriffen werde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Das waren mehr, aber trotzdem. Nein, danke. Bitte lasst mich noch Ruhe. Wer, das ist der falsche Weg. 1, okay, hier bin ich richtig. Schnell rein rein, würde ich sagen. Battle me. War mir nicht sicher. Nicht dein Ernst oder? Der Macher geht davon aus, dass man jedes wildes Boot besiegt. 12 genau wie viel geld bekommt man denn hier bitte und ich schlabber irgendwas von geldmangel was ist los einfach die ganze zeit bubblebeam drücken cool level 19 jedes mal ein schock fürs leben wenn das spiel stehen bleibt liegt aber denke ich an dem an der rom also an dem spiel ich hab da nichts dagegen glaube ich mal gucken absurde absurde nö habe ich nichts nehme ich mal bleibe ich einfach mit die wird drin es ist ja immerhin normal wirk ja wirklich mal speed so dass wir dann auch besiegt um ein neid wahrscheinlich hat die ganzen fossilien jetzt kommt da eher oder tür vielleicht ja auf jeden fall ein cooler abschluss yes wingete oh knappe sache das ist auf jeden fall gut es gibt schön viele erfahrungspunkte wow double team nein kannst warten kaputule 14 alles klar schon wieder so viel geld ist hier hinten was ich gucke einfach ich habe ja genug zeit manu nervt nicht nein das was nicht nerven habe ich gesagt oh oh da ist tatsächlich noch was nicht dass hier sogar richtig ist ich sehe es schon ziemlich ja fair ok die musik ist auf jeden Fall besser als die sonst Ah, Doppelkampf. Was? Was? Ähm... Mist. Komm, bitte. Ah, es wird auf jeden Fall jetzt ein Pokémon 4 von mir besiegen. Nee, Sweets... Okay. Wenn es noch Sweetsand ist. Ja, komm. Ähm... Ach, es zieht fast gar nichts ab. Okay. Wow. Übertreib nicht. Super Sonic auf Pikachu. Okay, das ist nicht gut. Mal sehen, mal sehen. Ah, okay. Wow, ist halt fast tot dabei. Ja, okay, das... Ja, trotzdem level 15, alles klar. Defense Core. Ähm... Manchmal Faller-Schock. Ah, ist ein Glück. Man hat sich das jetzt selbst besiegt. Ja, und ich das glücklichste Schicksal. Noch ein Trainer, was ist das? Ich scheine ja doch richtig zu... Entweder, dass es ein geheimes Sieg wird, oder ich bin ja einfach richtig. Ein geheimes Sieg wird, alles klar. Oh, naja. Battle me. Und... Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Okay. Und nochmal. Und nochmal wahrscheinlich. ja weil er will.. nein es war doch ich hätte über water.. also die andere attacke genau naja verbiege hoffentlich komme ich irgendwann mal wieder raus weil das.. ja hier bin ich komplett falsch außer dort unten gehst lang aber das sah glaube ich nicht so aus ach so ach ich hab's durchschaut ich hab das gar nicht so durchschaut boah ich nicht lang gehen ach man ich hätte wirklich einen Schutz mitnehmen sollen ok Mist bitte lass mich jetzt hier raus kommen ja nein es sah grad so schön aus ich werde mir auf jeden Fall jetzt Schutz kaufen ich habe ja genug Geld bitte lass mich jetzt raus ja ja ah hydrale kackt ab nice nein ich hoffe nicht doppelkampf cool ah durch den sandsturm nein das ist natürlich nicht cool ich geh mal auf kaputo 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 ist mir egal das ist jetzt das ist jetzt bubblebeam hin und one hit katz 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 ist auf warum ich bin nach vorne auf das andere gegangen auf die andere seite warum wahrscheinlich speichert es das nicht das reicht natürlich nicht und jetzt wird die wort besiegt sein haben ich verstehe nicht ganz was er da macht ich meine ich greife nicht mal physisch an aber trotzdem und ich reich das heikasern Alles klar Knogger, was hat man dir angetan? Da wechsle ich lieber auf Kabuto. Wem könnte ich das mal geben? Pikachu? Tropius? Eigentlich sind das die drei meiner Teammitglieder. Ich glaube Kaputo, Pikachu und Tropius. Und die wird Snivy ist nicht. Sentry, tue ich. Wir sind auch noch raus. Ähm, genau. Und los geht's. Battle Me. Okay. Vorschau. Win. Maniac. Christopher. Clefairy. Okay, ich habe jetzt mit dem Gestaltspunkt gerechnet. Was in Sprite of the Overworld? Aber, naja. Äh. Okay. Aber Sandstrom fiel dir natürlich was ab. Ah, Mann. Ne, sorry. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Der sein Sturm macht mehr Schaden als ich überhaupt. Ach, dann gehe ich jetzt einfach auf Tropius. Ist mir egal. Tropius kriegt ja, glaube ich, auch keinen Schaden. Ja. Mist. Zugabe von mir aus. Von mir aus. Ja. 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 Das bringt dir jetzt nix. Und tschüss. 0,16. Nice. Drassler, 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 Drassler. Typ Psycho. Keine Ahnung, ich sitze einfach Pikachu hin. Die Steinsattacke müssen ja auch stärker werden. Also nur rein theoretisch. Die Steinsattel. Wenn du das bist, könnte ich ja... ...woll-out einsetzen, aber da bin ich glaube schon tot. Deswegen gehe ich jetzt hier mal auf Foundershock. Wie viel... Ah, ich weiß nicht ob Pikachu überhaupt jetzt überlebt. ja 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 das ist gut das ist gut ich weiß so aus es war ich natürlich auch sehr die gewinnig ganz so viel geld hier war es anscheinend falsch was typisch für das spiel ganz ehrlich war ich doch nicht falsch was aber man muss dort lang okay ach ich kann man auch lang Okay. Äh. Okay. Ah. Yes. ist bisschen wieder falschen weg hier an der richtige ich hätte gerne noch das item dort aber jetzt erst mal sage ich tschüss denn die folge ist vorbei also dann tschüss bis zur nächsten folge von pokémon advanced adventures